Es ist gesund, oder? Ja, Kokosnuss ist gesund. Die enthalten viele Kokosnussnüsse. Ähm, okay. Aus Kokosnüssen kann man Kokos machen. Deshalb heißen sie auch Kokosnüsse. Ja. Da ist enthaltener Kokosainstoff drin. Eieieie, es passt schon. Okay. Ihr bräuchte mal wieder eine Insel. Ja. Ich bräuchte... Ach, wirklich Holz. Ah, hei, 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 hei. Hallo, hallo. Na, na, na. Wo ist er denn? Na, er hat keinen Bock. Insel! Ding, 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 ding. Insel, Insel! Steuermann, du weißt, was du tun hast. Steuermann 1. Drück 1, drück 1, drück 1. Hä? Irgendwie tut der Steuermann nichts. Ich glaube, der ist für den Job unqualifiziert. Der steht nur blöd da rum. Warum? Was? Und den gebe ich einen Posten. Hast du gerade von da oben das Fass gekriegt? Ja. Hilf mir, was soll man mit dem Steuermann machen? Ich weiß es nicht. Er tut nicht das, was er tun soll. Schlecht ausgesucht. Schlecht ausgesucht. Ich wollte gerade schon sagen, wir haben kein Essen mehr. Da ist ein Hai. Komm her, Hai. Hihi. So, gehst du zum Anker? Ja, komm schon. Oh, da können wir sogar rauf. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Ja, ich mach noch ein bisschen weiter rechts. Sag mir dann Bescheid. Hm? Kann ich schon? Stopp! Siegel, Siegel, Siegel. Nein, 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 nein. Zu spät. Hab ich schon gemacht. Ja, okay, gehst du trotzdem raus. Hello. Okay. So. Es wird knapp. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, perfekt geht sich aus. Ich brauche Metallband. Äh, wir haben keine Metallband mehr. Da mache ich halt welche. Egal. Na komm, Gott sei Dank. Äh, Metallband, hier. Ach so. Passt schon. Ich habe die nicht hier drin gesehen. Ein neuer Metallsperr. Mann, schreck mich doch nicht so blöder Hai. Soll er vorher rufen? Ja. Das wäre nett. Aha. Okay. Der hat mich doch gar nicht getroffen. Anscheinend schon. Ich bin fast tot. Ich hätte gern Pfeil und Bogen. Das gibt es nicht. Dabei wäre das eigentlich eine der primitivsten Waffen. Ja. Pfeil und Bogen kann man aus Holz und Federn herstellen und ja. Ja, aber unter Wasser bringt ja da nichts. Ja, aber über Wasser kann ich dann reinfallen. Ja, aber wegen der Dichtheit vom Wasser wird er abgebremst. Oh je, jetzt kommt wieder der Physiker. Ja. Ist physisch und physikalisch vielleicht nicht so ganz möglich. Ah. Ah, Mann, wie aktiviert man noch den Flyhack? Du hast gesagt, du weißt, wie es geht. Ich bin Flyhack. Hey du, kannst du mal herkommen? Äh, rauf oder wie? Ja, einfach rauf. Ich möchte mal was probieren. Wie bist du denn? Okay, stell dich mal da hin. Stopp. Stell dich mal da hin. Das geht. Bisschen näher zu mir. Ah. Habe ich dich getroffen? Achso, ich kann ja durch dich durchlaufen, oder? Ah, ah, ah. Oh ja, ich stehe auf dir drauf. Ja, Moment. Ich gehe neben die Füße aus mein Gesicht. Kannst du gehen? Okay, dann fliege ich hoch. Ja. Ich will aber da hoch. Komm her. Nein. Ich komme schon. Ich will da irgendwie hoch. Okay, bleib stehen. Ja. Okay. Das gestaltet sich halt schwierig. Hey! Das ist höher bei mir, deswegen. Okay, nein. Das geht nicht. Ich glaube, das geht so nicht. Ah, das ist möglich. Nein! Ach, das war so ein kleines Stückchen. Egal. Okay. Dankeschön. Wieso kann man nichts auf der Insel bauen? Das ist blut. Muss doch möglich sein. Komm her. Hi. Ich habe dich ganz doll lieb. Ich sehe schon wieder nichts. Wir sollten schlafen. Mit mir dann einen Tag. Damit ich da tauchen kann. Ja. Toll. Hi. Hey! Nein! Schlaf. Okay. Jetzt sollten wir schlafen. Ja. Juhu. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ich mache mal was. Es ist zwar total verschwender. 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 Verschwenderlich. 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 Ja. Aber das ist mir egal. Was machst du denn? Ich kann's halt. Da war mal. 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 Oh nö. Das geht ja nicht ausgesehen. wirklich der hei ist tot so und jetzt schnell farmen bevor der nächste kommt ok was noch meine klimalage dort wasser lassen das merke ich immer im hintergrund da ist immer so mache ich auch immer beim wasserlassen mache ich auch immer ok ja mache ich schon ein neuer hai da noch nicht herze 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 und noch ein erz und da schwebt noch der kaputte hai bis mich irgendwann wieder ein hei überrascht und ich wieder einen halben herzinfarkt bekomme ja ich habe einen stein ja die effektivste art an einen hei loszuwergen ist ihn zu töten nein ich wollte auch einen stein seetan metallerz noch einmal metallerz ich habe wieder ein hei da nein noch nicht ich habe eine truhe gefunden oh gott gefüllte 500 planken sind hier drin ah was wirklich ja sehr gut das war ne das war aber gar keine holztruhe ist ganz komisch ah hi alarm hi alarm vorsicht hi ja wo ist er hin wo ist er hin wo ist er hin daheim wo ist er hin daheim jetzt verliebt jetzt verliebt hm wo ist er denn mag er mich nicht mehr nö er wartet wahrscheinlich wieder nur auf den besten augenblick dahinten ist er auf youtube sieht man es wahrscheinlich gar nicht weil wegen youtube macht es ja dunkel weil wegen youtube weil wegen youtube willst du damit sagen youtube ist schlecht ich gebe darauf keine antwort hm wieso mein algorithmus sagt nein na dann dann passt was ich da alles mache nur um auf diese blöden dinge aufzukommen brauchst du schon wieder das boot um na na oh mein gott bedrohliche musik wie jetzt kein holz ach man ach man ich will doch nur helfen nicht weinen ja komm hei passt schon beleidige nicht den hei hei kann nichts hei kann nichts dafür dass ein hei ist manch manchmal ist ein ja manche müssen eben haier so sein wie hei ich hab ein problem ne ich bin fast tot und der hei ist hinter mir her und jach che Gott sei Dank. Hallo, Hi. Der müsste fast down sein. Lass ihn uns killen. Er soll dich eingreifen. Du hast die Face-Arc hoch. Mann! Warte, Hi. Ich muss Luft holen. Moment, Hi. Noch nicht, noch nicht. Gut. Mann, ich krieg den so nicht. Die sind da noch Ei erzunden? Ja. Oh, oh, wo bist du? Wo bist du? Bin da, rein Problem. Alles gut. Alles kein Problem. Er müsste fast tot sein. Ja, farm da, weil... Er ist halt bei mir. Ok. Greift dich hier weiter an? Ja. Ok. Oh, ich muss auftauchen. Hm. Viele Erze müssten aber nicht mehr hier sein. einmal noch um die insel oder um den stein hier oder er ist mehr insel einmal herum was haben wir denn hier metallerz dann auch noch ein bisschen muss aber noch mal auftauchen bei dir alles ok er ist tot ok wo war denn jetzt das erz da ist es wieder auftauchen jetzt müsste eigentlich nicht mehr viel übrig bleiben nein ich bin schon wieder beim boot das heißt wir können ablegen ok so habe ich alles gefarmt oh habe ich jetzt das wasser weggeschnappt oh nein fülle es nur nach ist nachgefüllt perfekt tschüss insel setz den anker ja ok warte 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 nein nicht jetzt tschuldigung na lass ihn unten lass ihn unten bist du unten ja fast aah ich hab den baum ja ja das war mir wichtig ich wollte den haben ich wollte diesen blöden baum haben kommst du da hoch noch weiter hoch weil hier ist irgendwas ja hier ist eine kruhe oder so ja hab schon alles ach ich wollte das schaffen ich habe es geschafft ich bin zu gut jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen hab ich alles hab ich alles nein das ist noch ein baum aber holz 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 obwohl das holz verbrauche ich jeden zwei sekunden wieder nein gut aaaaaaah so äh damit wir uns nicht drehen aber so aber so aber so ah ok wir fahren falsch nein ach so fahren wir richtig ok jaa so weitere fangnetze oder oh ich habe keine flosse mehr ich habe keine taucherflasche mehr ich habe eine kokosnuss greicht das auf? nein ach schade ich brauche mehr Glibber Wasserflasche wieder mehr Glibber ich brauche mehr Glibber so jetzt wird wieder Glibber produziert klebst klebstoff mhm 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 hier crack closes hei was machst du? umbauen ok So, Glieder habe ich ja jetzt genug Oh, da habe ich eh noch eine Flosse Oh, okay Übersehen Gut, das haben wir mal Hast du Palmenblätter? Ja Darf ich bitte welche haben? Und dann können wir eigentlich schlafen gehen wieder Hinter dir Wie viel? Das, was du mir geben willst Damit ich wieder Sammelnetze machen kann Oh, okay Oh Das ist aber mehr Arbeit für dich als für mich Ja Danke Mir macht Spaß Und so feiern als mir Spaß macht Boot links Boot links Bei dem Wetter Können wir nicht morgen hinfahren Boot links Wind sagt nein Gott, wie viel wir jetzt automatisch fahren Schaffen wir es oder soll ich rüberschwimmen? Ich schwimme rüber Soll ich, wenn du willst Soll ich noch weiter ausbauen auf der Seite? Nein, da hast du Platz zu gehen Ich habe alles Wo ist denn das Boot? Oh, da Bist du oben? Noch nicht Ich kämpfe gerade mit dem Hai So, der ist Der ist sicher geht damage Ich bin jetzt oben Passt Weiter geht die wilde Fahrrad Die Kupferbahn geschmolzen werden Ich mache mal Kupferbahn Weil die werden wir dann sicher brauchen Hm 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 Okay Hm Okay Ähm Da haben wir ja noch was gehabt Achso, dass das das weggegeben Hast du Federn? Flanken Flanken Okay Bitteschön Okay Oh, Kleber Kleber? Ne Äh, Kunststoff Oh, das war zu viel Egal Was hast du gemacht? Den Stuhl wollte ich gar nicht Was hast du gemacht? Die liefert noch mehr Gesundheit Als im Bett Ach Okay Kann ich sie haben? Achso, hast du schon gekraftet? Nein, nein Nur erforscht Okay, gut Äh, Federn haben wir gar keine mehr Na gut, dann mal in den normalen Betten nur Kunststoff Glaub ich doch Ist auch so viel Müll, den muss ja alles wegwerfen Flungen brauchen wir nicht Stein brauche ich nicht Essen brauche ich nicht Essen brauche ich nicht Essen brauche ich nicht Dankeschön, Dankeschön Ah, schon wieder so viel Müll Äh, wir sollten schlafen Weil in der Nacht sehe ich hier so oder so nichts Moment Jetzt werde ich fertig mit den Umbauen Ein Stress Äh, hast du, hast du Kleber? Kleber? Äh, ich mein, äh Kunststoff Kunststoff, ja Alles was ich hab Krass, geht der aus Er ist weg Für was denn? Da muss ich hier umbauen Da war ja Kleber Äh, Kunststoff Fürs umbauen So Schrott Du hast sicher Schrott Ja Bitte Bitte Bitteschön Hecker Auch war nötig, Flanken Auch auch So ein schöner Wellengang Hm, ich mag dir Nacht nicht Ja rum, fiel zu schön So ein schöner Wellengang Man sieht zwar nix, aber Sieht schön So Schuh, du kommst weg Oh, der Schuh, das macht nicht Werf ich über Bord Das brauchen wir nicht So wie diese komische Flasche Die nicht funktioniert, aber So So Ähm Hm, 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 hm Berechnen wir So 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 Und das Hm, hm, hm Wir hatten so viel Kunststoff Wo ist das jetzt hin? Nicht mehr weg Ich hab das gebraucht Gebraucht Oh, wow Alles fürs Spauen So, komm Schlafen Ok Wo ist denn das Bett? Oben Achso Lol Wie ihr hier alles ausbaut Ja Ah, schön Und was ihr alles für heute Oder was ihr seid? Was es ein Ja Drei Zwei Beide Und Drei Töne Dir Drei Mit Töne Entfernen Drei Töne